Ja, hallo, willkommen zu Orbiter Plausch. Mein Name ist Thorsten und ich habe mal wieder letztlich in den Kalender reingeguckt und was habe ich dort gesehen? Genau, heute vor 20 Jahren, nicht stimmlich ganz, überübermorgen, am 2.3.2004 ist mit einer Ariane eine wirklich interessante Mission gestartet, nämlich die sogenannte Rosetta-Mission. Und diese Mission ist eine echt komplexe Mission gewesen, wo es ganz, ganz viele erste Male gab, aber auch ganz viele Erkenntnisse, die sich bis heute reingezogen haben und darum habe ich mir auch für heute einen Spezialisten herangezogen und habe gefragt, ob er Zeit hat. Das heißt, wir begrüßen nachher den langjährigen Leiter des Missionsbetriebes am Satellitenkontrollzentrum der Europäischen Weltraumorganisation ESA in Darmstadt, Paolo Ferry. Da freue ich mich total drauf, aber erst erstmal wie immer in kurzer Güte. Was geht es denn hier? Naja, vor 20 Jahren war das Ziel gewesen, einfach eine detaillierte Beobachtung und vor allem Analyse eines Kometen durchzuführen, um die, ich sag mal, Entwicklung in den frühen Bedingungen und Prozessen in unserem Sonnensystem genauer zu verstehen. Dafür hat man sich den Kometen Churymenkov-Gerasimenko ausgesucht. Der kommt immer alle sechs, sieben Jahre bei uns vorbei und den wollte man wirklich mal aus der Nähe betrachten. Und Informationen sammeln, wie zum Beispiel die Kratierung der Oberfläche, die Analysung der Zusammensetzung des Kometenkerns und der ausgestoßenen Gase und Staubpartikel, gerade eben, wenn das gute Stück immer näher an die Sonne herankommt. Ich weiß nicht, kennt ihr noch den Film Armageddon? Genau. Wenn ihr euch da mal zurück überlegt, das Ding wurde auch immer aktiver, je näher es der Sonne gekommen ist. Und man wollte sowas wirklich mal in Realität sich anschauen und halt gucken, was für physikalische Eigenschaften und ja, wie sich eben genau dieser Komet dabei verhält. Und die Mission zielte also eben darauf ab, grundlegende Fragen in der Zusammensetzung dieser Kometen und vor allem ihrer Rolle bei der Entstehung des Sonnensystems und sogar vielleicht, naja, bei der Entstehung des Lebens, ja, hier auf unserer schönen Erde einfach mal zu klären. Ist natürlich eine ganze Menge. Dazu ist man, wie gesagt, 2. oder 3. 2004 gestartet. Jetzt sind sie zehn Jahre lang unterwegs gewesen. Also nicht so ein kleiner Hopf von hier nach München, sondern das ist natürlich ein bisschen weiter. Die sind über sieben Milliarden Kilometer geflogen und sind dann halt eben 8. 2014, also im August, dort angekommen, haben zwei Jahre lang den Kometen umkreist. Sie haben ihn also beglitten, was auch mal wieder was Neues war. Da haben wir eine Menge Fotos gemacht, eine Menge Analysen eben über die Zusammensetzung, ich sage mal, der Atmosphäre gemacht und wahnsinnig viele Erkenntnisse rausgeholt, die uns auch wieder weitergeholfen haben. Aber genau zu den Punkten werden wir eben jetzt gleich auch meinen Gast, Paolo Ferdi, nochmal genauer interviewen und ich bin schon mal gespannt, was noch so alles auf dieser Reise passiert ist, weil klar, zehn Jahre ohne Geschichten, ich glaube, das klappt nicht. Also von daher lassen wir uns überraschen und im zweiten langen Teil plauschen wir dort in Ruhe. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, würde ich vorschlagen, bitte abonniert den Kanal, damit wird nämlich das Thema Weltraumfahrt auch echt prominent unterstützt, eben genau durch dich und auch durch deinen Like vielleicht auch. Und ja, entweder sehen wir uns in zwei Wochen wieder auf diesem Kanal oder aber in der langen Version würde ich mich sehr freuen. Bis dahin, hab immer in der Hand breit Luft unterm Hintern und ja, wir plauschen miteinander. Bis gleich.